willkommen zu einer neuen folge pokémon go und wer im hintergrund den bildschirm betrachte der wird sehen ich bin gerade auf der seite vom spiele trend vom daniel schilling den kennt ihr ja alle der hat ja in letzter zeit auch videos gemacht über die mega raids hat jetzt riesiges update mega entwicklungen sind da also mega entwicklungen nicht raids ja egal ihr wisst was ich mein mega glurak y fühlt sich an wie ein cheat warum auch immer habe ich mir noch nicht angeguckt was ich mir aber angeguckt habe neue infos meine kritik an den mega entwicklungen er hat also ein video darüber gemacht und gesagt was er an den mega entwicklungen kritisiert das gleiche das vor einem tag sogar schon das gleiche hat die sabrina spielt gemacht mega top oder flop pokémon go deutsch berlin 499 damit ich die sabrina auch mal im sunday habe habe ich jetzt einfach ihr bild ihr video hier als hintergrund genommen wir müssen auch noch ein sunday bild machen ungefähr so so das war extra nur für sunday ihr wisst ja bescheid wie das läuft heutzutage alles sehen aus wie spaß die ist auf ihren bildern außer sabrina das ist ja ein weib ne ach ne frau deswegen die muss immer süß gucken aber andere wenn ich da gucke reversal oder so immer komplett und alle am durchdrehen wo ich mir denke was ist los mit euch beruhigt euch doch alles wird gut ob das gestellte ist ob das so im video vorkommt ist wieder eine andere sache ich habe mir überlegt ich möchte natürlich auch ein video machen und meine meinung zu den mega raids den mega entwicklungen dem ganzen mega fail der gerade umgeht kundtun wollte das so eintakten dass das am montag kommt weil ich das ganze wochenende ausgebucht hatte ich habe ja wieder die spezialforschung gemacht die hat vier kapitel die vier kapitel wollte ich so takten dass ich kapitel eins und zwei an einem tag lade kapitel drei und vier an einem anderen tag lade meine entwicklung von bbor auch wieder an einem anderen tag lade dass das aufgeteilt ist und ich wollte es wirklich hinbekommen dass ich in jedem kapitel noch einen mega raid zeige aber immer einen unterschiedlichen da es ja vier mega raids gibt vier kapitel zu jedem kapitel einen mega raid da steckt voll das system dahinter das das blickt man normalerweise gar nicht was machen denn andere die machen ein video mega raids sind da als info video und dann sagen sie schon ihre meinung ich wollte mir die meinung aufheben eben wenn ich erstmal alles gezeigt habe hat chilling euch schon vier mega raids gezeigt hat sabrina euch vier mega raids gezeigt ich meine die haben die sicherlich gemacht aber ich mache es wie immer sehr ausführlich vielleicht auch zu ausführlich und hängt dann hinterher das weiß ich nicht aber viele leute mögen das ja an mir gerade wenn eine neue spezialforschung kommt dass ich da wirklich kapitel für kapitel durchgehe jetzt habe ich das alles so eingetaktet dass ich das video mit dem mega bbor am sonntag hochgeladen habe und dass ich das jetzt hier am montag bringen was ich natürlich auch am sonntag aufnehmen und möchte auch meine meinung zu den mega raids sagen mega raids gleich mega fail das ist meine meinung ganz vorweg es gibt leute die schreiben es ist doch egal wie naientic es macht es wird eh immer gemeckert das sag ich auch eigentlich immer aber sie sagen wenn naientic es nicht so macht wie in den spielen zum beispiel mit evoli ich weiß überhaupt nicht was damit gemeint ist dann wird gemeckert wenn naientic es so macht wie in den spielen zum beispiel jetzt das mit den mega entwicklungen dann wird auch gemeckert was heißt bitte sie haben das mit den mega entwicklungen so gemacht wie in den spielen derjenige hat das bestimmt nur darauf bezogen dass mega entwicklungen eben nicht von dauer sind sondern nur eine in einem begrenzten zeitraum das war in den spielen so das ist auch jetzt so er sagt also dass das wie im spiel gemacht wurde und deswegen wird sich trotzdem aufgeregt ich würde ja nicht mal sagen dass ich das große problem darin sehe dass die nur eine bestimmte zeit lang mega sind und dann wieder zurück schrumpeln das ist für mich völlig okay das kann so sein aber wenn man schon es wie in den spielen anlegt und dafür ausgibt als dass es so umgesetzt ist wie in den spielen wo muss man denn bitte in den spielen raiden und kämpfen dass man energie sammelt um seine mega pokémon zu entwickeln ihr hattet ein armband euer pokémon hatte ein armband ihr könnt jetzt im shop dieses armband bekommen das normale ihr könnt es in den teamfarben bekommen äh für geld für coins wäre es dann nicht schlauer gewesen trotzdem vielleicht die verbindung mit diesem armband dass man einmal pro tag vielleicht eine mega entwicklung machen kann oder dort war es so dass ihr so oft eine mega entwicklung machen konntet wie ihr wolltet wenn ihr eine bestimmte bindung zu eurem pokémon habt was eben wie schilling auch schon meinte über das buddy system eine gute sache wäre dass man best buddies zu mega pokémon machen kann ich glaube es hätte niemand ein problem damit gehabt ich habe jetzt ein fettes 100 prozent glurak und damit ich das mega entwickeln kann mache ich das halt zum best buddy die meisten leute die nehmen ja eh ihre heftigen großen viecher machen die zu best buddies nehmen hunderter machen die zu best buddies viecher die sie in der go battle league nutzen machen die zu best buddies dass die dann eben stärker sind besser und wenn die durch eure zusammen gefüge eure eure zusammengehörigkeit dann eben mega pokémon werden können finde ich daran nichts verkehrt das wäre doch eine coole sache auf der anderen seite hätte ich es natürlich auch richtig genial gefunden wenn die mega pokémon einfach komplett im spiel sind das heißt wenn ihr die einmal mega entwickelt die mega sind und bleiben denn ich bin ja ein sammler ich möchte ja immer alles als living decks haben ich möchte den shiny living decks mit allen familien den crypto living decks mit allen familien am besten den hunderter living decks mit allen familien es wäre schön wenn ihr so ein blödes bieber entwickelt mit 3300 dass er das trotzdem auf der hand habt in eurem beutel habt dass sie das jederzeit rausholen könnt und es ist das mega bieber das ist komplett fernab von allem was das spiel jeweils gezeigt und gemacht hat so hätte ich es aber trotzdem gemacht dann lasst das halt teuer werden dann heißt es halt ihr müsst sagen wir mal 500 bieber 500 honly you bonbons bezahlen um bieber zu mega bieber zu machen das wäre doch trotzdem eine option und ein mutu um ein mutu zu mega mutu zu machen dann kostet es halt 1000 mutu bonbons ihr habt dann ein mega mutu was ein mega mutu ist und bleibt so könnt ihr euch entscheiden welches macht ihr zu einem mutu ihr habt dann ein gutes sonst was wenn es immer nur vorübergehend ist eine bestimmte zeit was wollt ihr in dieser zeit machen ihr könnt nicht in der gbl damit kämpfen momentan ihr könnt rocket rüpel damit besiegen ihr müsst also unter zeitdruck schnell von stopp zu stopp hetzen damit ihr mit diesem pokémon die rocket rübel angreifen könnt euer pokémon hat aber einen bestimmten typ und die rübel haben alle immer einen unterschiedlichen typ und normalerweise passt man ja seinen angreifer nach dem typ des rocket stops an und geht mit sehr effektiven dagegen vor ihr sagt ja gut mega pokémon rotzen alles weg scheißegal er wird einfach drauf gehauen da geht ja die ganze taktik und alles flöten das ganze spielprinzip in dem sinne dass es für raids vielleicht cool ist ist eine andere sache aber ihr habt ja das mega pokémon nicht immer als mega pokémon so dass ihr sagen könnt yo da ist ein neuer raid boss jetzt rausgekommen jetzt hole ich erstmal mein mega glurak und heiz dem richtig ein nö dann habt ihr halt nur ein normales glurak und ob ihr dann gerade die energie habt um das mega zu entwickeln oder ob ihr es mega entwickelt und dann ist in den vier stunden wirklich nur ein raid und ihr denkt toll ich dachte ich entwickelt das jetzt und macht 20 raids mit mega glurak und dabei ist nur einer da gewesen das ist halt auch eine blöde sache sowas könntet ihr aber in in den in den nicht raid manias in der raid stunde nutzen wenn ihr wisst eine stunde lang gehen eh die ganze zeit raids dass ihr effektiv für die raid stunde ein mega pokémon entwickelt mit dem ihr die ganze zeit kämpft ist vielleicht jetzt wenn ihr glurak nehmt ein bisschen quatsch gegen hitran aber müsst ihr halt wissen wenn ihr nur drauf klopfen wollt und angeben dann macht das halt dann ist das halt wie taggen einfach nur einen knopf drücken die ganze zeit einfach drauf prügeln fertig also wie gesagt wenn man es wirklich wie das spiel hätte machen wollen dann hätte man das über die buddy funktion das armband das immer wieder entwickeln wie man möchte sobald man den einmal so hat dieses dieses zusammengehörigkeitsgefühl da ist das hätte man doch umsetzen können das wäre schillings lösung gewesen meine lösung gewesen wenn es noch nichts gäbe wäre eben das mit ihr entwickelt die und habt die dann einfach für immer und dafür ist es halt sehr kostspielig die zu entwickeln ihr habt ja so manchmal für manche braucht ihr richtig seltene steine dann müsst ihr noch gehanforderungen haben dann habt ihr noch bestimmte aufgaben sonst was keine ahnung hin und her auch die level erweiterungen werden wohl nicht einfach nur durch erfahrungspunkte sondern bestimmte aufgaben medaillen fortschritte plus erfahrungspunkte zusammenwirken dass das level steigert warum nicht auch bei mega entwicklungen ihr habt dann halt müsst halt 500 bonbons drauf geben dass sich das mega entwickelt und dann habt ihr das das ist teuer oder bei legendären 1000 bonbons auf mutu dass sich das entwickelt hätte ich cool gefunden um es immer im beutel zu haben wenn man jetzt dabei bleiben möchte dass das nicht immer im beutel ist wenn es jetzt so ist wie es ist dass das halt nur vorübergehend ist finde ich es aber trotzdem eine riesen frechheit dass man die mega pokemon im raid raiden muss mehrmals raiden muss bis zu 5 mal raiden muss damit man dann das eine entwickeln kann weil es die mega energie spezifisch wirklich nur für das eine pokemon gibt hätte ich für die zukunft ich hoffe dass das irgendwann umgesetzt wird dass die mega energie nicht mehr an die mega pokemon gekoppelt ist sondern dass es egal ist was für einen raid ihr macht wenn ihr losgeht und ihr macht einer raids dann macht einer raids wenn ihr losgehen wollt und ihr macht dreier raids macht dreier raids wenn ihr zur raidstunde geht und ihr macht 30 fünfer raids das soll nicht komplett für nichts sein komplett sinnlos warum gebt ihr nicht einfach bei jedem raid mega energie die man insgesamt hat und sammeln kann wie sternenstaub oder wie sonderbonbons das auch eine einführung die sabrina auch so ähnlich dann gesehen hat ich fände es so genial ich bin die ganze zeit am eskalieren was mache ich jetzt ich habe noch kein hunderter heat train ich würde gerne heat train raiden jetzt muss ich gezwungenermaßen die starter raiden um mega energie zu bekommen und dann schmeiße ich die weg nach dem raid ich brauche die nicht ich habe den cday gespielt von bisa sam von glumanda von shigi ich habe genügend shinies das heißt es ist zwar nett dass bisa flor turdog und glurak auch als shiny aus dem raid kommen können für neue spieler aber die meisten interessieren sich ja eh nur für das glurak für das schwarze und da ihr glumanda zum übernächsten cday gewählt habt habt ihr eh die chance auf euer schwarzes glurak und könnt das einfach entwickeln und habt das dann mit cday attacke es wurde so oft bemängelt ihr kriegt die aus dem raid sie haben keine cday attacke sie sind in dem sinne nutzlos wer nimmt für sowas top tm ihr habt so viele krasse viecher wo ihr eine top tm drauf prügeln könnt aber doch nicht bei sowas was ihr auf normalen wegen einfach komplett mit einer cday attacke ausstatten konntet bei den cdays also für aktive spieler sehe ich sowas recht ja problematisch an wie gesagt ich hätte es so gefeiert wenn man zwar raiden muss aber es egal ist welchen raid ihr macht ich hätte es so gern gesagt ich konzentriere mich weiter auf meine fünfer raids ich mache meine legendären raids ich suche mir vernünftige starke pokemon die ich fangen möchte die ich raiden möchte und als netten nebeneffekt kriege ich bei jedem raid den ich mache etwas mega energie die ich dann mir aussuchen kann für welches pokemon ich die investiere was ist mit bbor jetzt bbor gibt es nicht in raids ihr habt bbor aus eurer spezialforschung mega energie für bbor bekommen ihr habt bbor entwickelt ihr könnt es jetzt beim zweiten mal billiger entwickeln aber ihr könnt kein anderes bbor entwickeln denn sobald ihr ein anderes bbor entwickeln wollt kostet das ja auch wieder die vollen 100 ihr habt aber nur noch 75 übrig nach der ersten ich wollte ein männliches entwickeln ich wollte ein weibliches entwickeln damit der pokedex komplett voll ist ich kann kein weibliches entwickeln da ich keine da ich nur 75 von 100 energie hab wo kriege ich die energie her bbor raids gibt es nicht die spezialforschung ist um ich verstehe es nicht würde ich mega energie normal neutrale mega energie aus raids bekommen egal aus welchen dann würde ich halt irgendwann nochmal 100 auf das weibliche bbor geben das durch entwickeln dann habe ich das abgehakt bei glurak ihr müsst ein männliches entwickeln und ein weibliches entwickeln das macht ihr bei x und bei y das ist schon vier mal bei bei turdog bei bisa floor ihr macht fünf raids damit ihr ein weibliches turdog entwickeln könnt ihr macht fünf raids damit ihr ein das andere entwickeln können versteht ihr das heißt ihr müsst ja schon zehn mal turdog raiden und zehn euro investieren zehn pässe raushauen sozusagen damit ihr beide pokedex einträge habt ich bin jemand ich möchte das komplett und vollständig haben ich finde es aber unter aller sau dass ich jetzt wirklich zehn mal turdog raiden muss es bringt mir auch nichts dass das zweite mal entwickeln dann günstiger ist denn ich sehe keinen grund das ein zweites mal zu entwickeln ich will männlich und weiblich entwickeln das kostet mich aber jedes mal den vollen satz energie und zwar 200 das heißt ich brauche fünf raids für männlich ich brauche fünf raids für weiblich das bei turdog das bei bisa floor das bei klura bei klura gleich zweimal und dann habt ihr so eine bestimmte zeit wenn die nämlich irgendwann mal wechseln und andere reinkommen dann habt ihr das vermasselt und so müsst ihr jetzt raiden und wenn ihr jetzt die raidet dann verpasst ihr die fünfer dann verpasst ihr alles andere außer ihr macht den täglichen raidpass für den fünfer und alle zusätzlichen für die megas es heißt also wieder nur cash 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 niente kassiert ab nimmt alles mit ihr sollt raiden ihr sollt kaufen wenn ich wenigstens selbst entscheiden könnte was ich raide wie gesagt das ist meine meinung ich finde die megas also komplett fail die idee von mega pokemon ist richtig genial ist heftig sieht gut aus aber die mega pokemon in pokemon go die umsetzung ist für mich kompletter bullshit wenn sie es nicht über das buddy feature gemacht haben wenn sie es nicht dauerhaft machen so dass man es mit 500 oder 1000 bonbons entwickelt wenn sie es schon so machen über raids und mit energie dann doch bitte eine energie für alle die ihr sammeln könnt aus allen raids die ihr macht egal was für einen raid und euch selbst aussucht was ihr mit dieser energie macht was ihr entwickelt dann geht euch nichts verloren wie schilling gesagt hat die angst dass man jetzt denkt irgendwann will ich das entwickeln und das ist nicht mehr in den raids also muss ich 999 energie ansammeln das ist dann nicht ihr steht dann nicht unter zeitdruck denn ihr könnt jederzeit energie sammeln und immer das pokemon was ihr gerade braucht oder cool findet entwickeln damit selbst wenn das dann nur 4 stunden hält mir wird es auch reichen wenn es eine stunde hält oder eine halbe stunde im endeffekt entwickle ich es eh nur und mache dann einen raid vielleicht damit um es mal zu testen solange es nicht gbl ist wo die meisten dann 4 stunden lang alles setzt durchspielen ich sehe bis jetzt den sinn nicht dahinter außer den leuten angeblich was neues bieten zu wollen aber so auf die geldmache fixiert sein das es heißt hier du musst 5 mal das raiden und du musst 5 mal das raiden und dann hast du erst den pokedex voll und dann musst du aber die anderen raiden und irgendwann nehmen wir die raus also beeil dich gib jetzt dein ganzes geld aus und das finde ich mies deswegen für mich flop des jahres bisher ich fand pvp damals als das eingeführt wurde richtig gehypt und nach einem tag hatte ich schon keinen bock mehr und fand es richtig scheiße gbl ist was komplett anderes gbl ist top bleibt top ist manchmal frustrierend macht aber spaß gbl ist so viel größer als das normale pvp system meiner meinung nach aber jetzt mega raids top oder flop fail komplett fail ihr könnt eine andere meinung dazu haben ja ich weiß sowieso nicht ich kann ja mal kurz ich habe noch gar nicht reingeschaut was die anderen leute gesagt haben wir machen das noch ganz kurz zum abschluss ich habe doch hier die letzten videos hochgeladen eben zu den kapiteln mega glurak y mega tour talk mega glurak x mega bisaflor und was steht da in den kommentaren was sind da so ich fände es besser wenn man durch das fangen von glumanda und entwicklungen auch 1 bis 3 energiepunkte bekommen würde ansonsten geldschneiderei ist zwar irgendwie gut um glurak und tour talk raids attraktiver zu machen auch wegen shiny chance denke wenn man mega achso ja das ist natürlich es gibt ja noch andere mega despoter ich glaube niemand hat was dagegen despoter raids zu machen wenn man das dann als shiny aus dem raid bekommt wenn man ein gutes despoter bekommen kann wenn man äh bonbons bekommen kann ganz viel aber diese sachen die alle schon in cd hatten und es kommen ja noch schlimmer es kommen ja so viele sachen die wirklich nur schrott sind und die ihr dann auch raiden müsst deswegen ich und es zählt ja nicht mal zu den medaillen wie dragonfire hier sagt es zählt weder zu legendären medaillen noch zur normalen raid medaille ihr raided und raided und raided und es zählt als gar nichts cooles video video für die mission keine münzen sehr nice erste ist es nach 4 stunden normal ich kann nicht raiden die leute haben immer die gleichen probleme keiner kann raiden was ist hier du kannst 55 mega energie bekommen wenn die zeit unter 30 sekunden bleibt laut brendon tan glaubt nicht alles was im internet steht chilling hat gesagt 35 bis 50 hat schon mal jemand 55 bekommen schreibt es mal rein ich habe nur ein tour doc raid gemacht um die forschung fertig zu bekommen ansonsten werde ich für den mist keine pässe ausgeben das ist sehr cool was haben wir noch hier bei dem ist ein mega raid schwerer als ein fünfer raid meiner meinung nach sind legendäre und mega raids ungefähr gleich es gibt glura könnte es sein dass ihr das schon mit zwei äh spielern schafft äh manche legendäre sind auch mit zwei spielern zu schaffen und dann gibt es wieder wenn ihr 4 bis 5 leute habt bei mega raid ist das kein problem genauso aber wie bei den meisten legendären also ich finde ich sehe die auf einer stufe ich sehe nicht dass mega raids viel viel schwerer sind als der rest so ah wir wissen deine meinung zu den megas ja schon aus dem trading live stream also ich konnte auf jeden fall heraushören dass du nicht naiv bist und aus scheiße erdnussbutter machst scheiße bleibt halt scheiße und fanda wird nicht zu cola wenn man reinscheißt was für ein heftiger kommentar ja das ist auf jeden fall nochmal dieses extra video dazu jetzt ist die sabrina weg scheiße jetzt gibt es keine klicks mehr das also nochmal meine meinung zu den mega raids wie gesagt dauerhaft wäre es richtig genial über das body feature wäre es sinnvoll und nah der äh spiele vor wie es halt vorher gedacht war ne wenn sie es schon so machen wie jetzt dann lasst alle raids reinzählen ansonsten weiß ich nicht ist das einfach nur abzocke das war es jetzt aber von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder ihr könnt nochmal explizit reinschreiben ob ihr jetzt eine andere meinung habt ob ihr mittlerweile die raids besser findet oder ob ihr einfach nur auf die richtigen mega raids wartet mit interessanten pokemon oder ob ihr wirklich generell euch dagegen stellt und sagt scheiß drauf so ein dreck schreibt es in die kommentare das war es von meiner seite aus ich muss jetzt noch schnell los zum raid wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramsus so ein quatsch